Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Die Wahrheit über VPNs. Sinn und Unsinn. ZEIT 3003 Die wahre Geschichte hinter Virtual Private Networks. Die wahre Geschichte hinter Virtual Private Networks. Jeder, der das Internet nutzt, ob für das Surfen oder Einkaufen oder für geschäftliche Zwecke, hat wahrscheinlich schon von VPNs oder Virtual Private Networks gehört. Aber was genau sind sie und sind sie wirklich so sicher und nützlich, wie oft behauptet wird? Ein Virtual Private Network ist eine Technologie, die eine sichere und verschlüsselte Verbindung über ein weniger sicheres Netzwerk wie das Internet ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um Datenfernübertragungen zu ermöglichen und den Fernzugriff auf Netzwerke zu ermöglichen. Während VPNs in der Regel als sicher betrachtet werden, ist es wichtig zu verstehen, dass sie, wie jede andere Technologie, ihre eigenen Schwächen haben. Zum Beispiel können sie zwar dazu beitragen, eine Verbindung zu verschlüsseln und dadurch sicherer zu machen. Aber sie können nicht verhindern, dass ein Virus oder Malware in ein System gelangt, wenn dieser bereits vorhanden ist. Zudem müssen Benutzer vorsichtig sein, welchen VPN-Dienst sie nutzen. Nicht alle sind gleich und einige können tatsächlich mehr schaden als nützen. Laut CT-Magazin C3003 sind einige VPN-Dienste dafür bekannt, Nutzerdaten zu sammeln und zu verkaufen, um Profite zu machen. Daher ist es wichtig, beim Einsatz von VPNs vorsichtig zu sein und sicherzustellen, dass sie aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Es ist auch ratsam, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass kein unbefugter Zugriff auf ein System oder Netzwerk erfolgt. Im Allgemeinen können VPNs ein nützliches Tool sein, um die Sicherheit und Privatsphäre im Internet zu verbessern. Aber es ist unerlässlich, dass Benutzer ihre Stärken und Schwächen verstehen und die besten Praktiken für ihre Verwendung befolgen. Autorin Anita Farke, Mittwoch, 10. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.